Hallo und herzlich willkommen zu unseren Mandalorian Recaps. Wir sind mittlerweile bei Folge 2 angekommen und mit wir meine ich natürlich zum einen mich und zum anderen meine Jedi-Meister-Kameraden. Einmal den Stu, hallo Stu. Hallo und gleich zur Berichtigung, es ist nicht Folge 2, es ist Kapitel 10. Ah, Kapitel 10. Und Dominik. Einen Abend, das hier ist der Umweg. Oder ist es Kapitel 9, jetzt bin ich hier selbst auseinander. Ne, Kapitel 10. Kapitel 10, das ist es genau. Es ist die zehnte Folge der gesamten Serie, das ist so ein bisschen wie bei House of Cards, das wurde auch mal mit Kapiteln fortgesetzt. Ich würde mir das übrigens merkens du und dich in der nächsten Episode dann richtig schlecht ankündigen. Wo ist der Unterschied zu heute? Genau, wir sind bei Folge 2 der zweiten Staffel. So, Kapitel 10, die Passagierin, The Passenger. Genau, eben gerade fertig geguckt, ich zumindest. Ich weiß nicht, wann ihr sie heute geguckt habt. Also, wir sind am Freitag. Just quasi mit allen anderen haben wir sie gesehen. Und genau. Wann habt ihr diese denn heute geguckt? Vor der Stunde fertig geworden. Okay. Ich hab sie so um sieben Uhr abends, glaube ich, geguckt. Ich hab eine sehr, sehr anstrengende Schulungswoche hinter mir und dachte eigentlich, das wäre ein schöner Ausklang dafür. Okay. Ist eigentlich bei Disney das so, dass die ab um null Uhr verfügbar sind? Ich hab gestern Abend nicht mehr geguckt. Ich weiß es nicht. Ich hab die neue Folge, also die erste Folge der zweiten Staffel auch schon erst abends geguckt. Und ich bin jetzt nicht so der große Mando-Fan, dass ich jetzt wirklich Freitag da irgendwie minütlich gucke, ob die schon verfügbar ist. Ich hab mir so gesagt, okay, ich guck mir die abends an. Dann war es abends und dann hab ich sie mir angeguckt. Okay. Übrigens muss ich nochmal über Disney Plus haten, als ich da vorne reingegangen bin und Mandalorian angeklickt hab. Was hat er gemacht? Er ist in die erste Folge, also in die vorletzte Folge wieder zurückgesprungen, zum Abspann. Bei mir hat er mir gesagt, also ich bin auf dieses Banner gegangen, neue Folge verfügbar, Mandalorianer. Und dann hat er mir gesagt, okay, also hat er automatisch gestartet und zwar Folge 1, Schaffler 1. Ja, toll. Ist auch geil. Schöner Umweg. Gut. Mag da mal jemand anfangen, womit wir geendet haben und womit es jetzt anfängt? Ja, wir sind damit geendet, dass Mandalorianer den Kreiddrachen besiegt hat und als Belohnung die alte Rüstung von Boba Fett bekommen hat. Und jetzt beginnt die Folge damit, dass er mit Baby Yoda in der Wüste unterwegs ist, mit so einem kleinen Raumschiff. Und dass ihm da so ein paar Räuber, Banditen halt eine Pfanne stellen. Hast du gerade gesagt, mit einem kleinen Raumschiff? Achso, ja, Speederbike. Mit Gleiter. Ja. Gleiterbike, Gleiter. Ja, sorry. Ja, alles gut. Ja, besser als der Typie ist mit dem Typie-Raumschiff. Und nein. Schauter oder unseren Zombie-Cast. Wir müssen aber dazu noch anmerken, Stu, auch wenn für mich jetzt die Szene auch nicht so der Bringer war, was so der Cliffhanger der letzten Folge war, nämlich Boba ist live. Ja, aber das spielt ja in der Folge erstmal keine Rolle. Ja, wie so vieles andere. Ich muss auch gestehen, dass ich beim, also ich finde sie ein bisschen schwächer als jetzt die letzte Folge, aber ich wurde komischerweise sehr, sehr gut unterhalten in dieser Folge. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie so einen Fluss hat, hätte ich fast gesagt. Also, dass quasi jetzt die Kapitel 9 und Kapitel 10, ja so, also direkt aneinander anschließen auch. Also, ich muss sagen, es war für mich schon eine Schulterzug-Folge. Jetzt Kapitel 9 fand ich ja wirklich sehr, sehr gut, hat mir großen Spaß gemacht und jetzt bei Kapitel 10, das habe ich mir angeguckt und dachte so, ja, okay. Ich glaube, wenn ich diese Staffel Revue kapitulieren lasse, in ein paar Wochen werde ich mich an diese Folge, glaube ich, kaum noch erinnern. Also, ja, bei mir war es, also schon die, die Folge davor war ja schon für mich relatives Schulterzucken auf hohem Niveau. Das ist jetzt ein bisschen weniger Zucken, aber sehr viel Schulter, wenn ich ehrlich bin. Zeigst du uns hier die Schulter? Wobei ich sagen muss, ich fand den Anfang wieder sehr schön. Also, der erste Shot, so diese Wüste, das war wie so totales Western-Feeling, davon distanziert sich diese Folge ja nach und nach immer mehr. Und auch so diese erste Action-Sequenz, wie gesagt, da sind Banditen und die stellen halt Mando in der Falle und der geht auch voll auf den Leim. Und natürlich kann er sich erwehren und alles pipapo, alles wunderschön gemacht. Also, der Anfang, den fand ich wirklich noch sehr stark. Wobei bei dem Anfang wieder so für mich das Problem ist, nachdem jetzt dieser Baby-Yoda-Plot völlig auf Urlaub war, oder eigentlich nur so on hold, kommt der jetzt für fünf Minuten aus der Ecke gekrochen, um dann wieder zu verschwinden. Und das kommt auch leider irgendwie völlig aus dem Nichts. Also, diese Banditen, die waren weder irgendwie bei der ganzen Nummer mit dem Krayt-Drachen dabei, noch hat man die irgendwie in Mos Eisley gesehen. Also, warum sind die jetzt plötzlich da und eben plötzlich auf den Fersen? Aber wurde in der letzten Folge nicht gesagt, dass auf die ein Kopfgeld ausgestellt ist? Ja, zum einen das. Und zum anderen hatte sie in der letzten Folge auch gesagt, dass sie die Stadt auch nicht mehr verlässt, weil quasi überall Anarchie herrscht. Und so wie ich Zedrin verstanden habe, ist das nicht so der gigantische Planet. Das bedeutet, glaube ich, an jeder Ecke findest du da irgendwelche Typen, Dudes, Banditen oder Tusten, was weiß ich. Und von daher fand ich es auch okay. Das ist auch eine schnelle Action-Szene, die ist ganz nett anzusehen. Die bringt auch wieder so ein bisschen kleinen Humor mit rein, so typischer Many-Humor. Und davon wegen, ja, nimm dir doch mein Zeug, ne? Ja. Und das ist ganz okay. Und außerdem ist Baby Yoda wieder ganz nett und süß, ne? Und wird auch als Geisel genommen und darf ein bisschen rumquieken. Also, ich fand es insgesamt, auch wie es du, ich fand es tatsächlich einen ganz netten Einstieg. Ist euch mal aufgefallen, dass Baby Yoda auch schnurrt wie eine Katze? Ja, tatsächlich. Ja, aber was mir vor allem aufgefallen ist, das hatte ich ja gerade schon zu euch im Vorgespräch gemeint, wo ist eigentlich diese Eiwiege? Ich meine, Baby Yoda fliegt hier, als sie da ihn von seinem Speeder kicken, fliegt der, wer weiß wie, durch die Luft. Warum ist der so schlecht geschützt? Habe ich mir halt die Frage gestellt. Und auch schon eigentlich in der Folge davor. Ja, die Eiwiege war halt in dem Leiter, der halt eben total Schaden war. Und nach dem Schaden war die halt eben kaputt. Fertig. Deswegen keine Eiwiege. Ende. Hat er reingekackt. Die muss ja sauber gemacht werden. Ja, weil die wurde ja in der ersten Folge... Das wäre eine zweite Idee gewesen. In der ersten Folge bei diesem Gorko Resch wurde die ja noch für einen Gag hergenommen und ward dann irgendwie nicht mehr gesehen. Aber jetzt ab in der nächsten Folge ist sie dann wieder dabei. Ja, also das ist das fehlende Eiwiege, finde ich jetzt auch eher irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt unvorsichtig, finde ich, von Mando. Ich möchte nochmal betonen, das ist ein 50 Jahre altes Baby, das kommt schon klar. Ja, also es hat ja auch den Sturz aus diesem Gleiter, es purzelt da ja auch einige Zeit durch den Wüstensand und es sah nicht danach aus, als ob es ihm an irgendwas fehlen würde. Ja, genau. Also von daher habe ich das Gefühl, dass dieser Gleiter, diese Eiwiege wahrscheinlich mehr zur Beruhigung von Mandos Nerven ist, anstatt für die Sicherheit von Baby Yoda. Was ich bei Mandalorian ja wirklich cool finde und ich glaube, man kann das auch nervig finden, aber ich finde es tatsächlich sehr schön, dass sie immer wieder so auf so bekannte Star Wars Sachen zurückgreifen. In dem Falle bekommen wir ja dann quasi in der nächsten Szene, wenn er dann zu Fuß mit seinem ganzen Zeug dann wieder nach Mos Eisley war, ne, genau. Und da halt in die Kantina geht. Und ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? Mir ist es leider erst bei der Zeichnung am Ende dann aufgefallen und ich müsste nochmal zurückspulen in der Folge. Aber in der Wand hinter ihr sieht man ein Einschussloch, zumindest bei der Zeichnung dann am Ende. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ist mir ja in der Zeichnung auch aufgefallen, aber während der Folge jetzt so nicht, nee. Nee, müsste man nochmal gucken, ja. Ich fand's ja eher wieder schön, ich mag halt einfach in der Serie, dass sie sich wirklich Mühe geben, was diese Kreaturen angeht. Also sie spielt halt dieses Kartenspiel gegen so einen Käfer oder so. So eine Ameise. Oder so eine Ameise. Und ganz viele andere Produktionen hätten sich wahrscheinlich abbemüht, da irgendwie was Cooles zu machen und hier ist es einfach eine große Ameise, Punkt. Und nicht CGI, oder? Also das war doch, äh, das war eine Puppe. Ja, das war eine Puppe. Auch wenn ich am Überlegen war, ist das die finale Gestalt von Jeff Goldblum aus die Fliege, so ein bisschen. Ähm, aber... Ja, ich glaub, die ist ekliger, ja. Was? Ja. Ich glaub, die ist ekliger, ja. Vor allem kommt hier durch, wer Regie geführt hat bei der ganzen Kiste, nämlich Peyton Reed, der Ant-Man-Regisseur. Ah, okay, das ist ziemlich witzig, ja. Ja, und natürlich dann auch im weiteren Verlauf der Folgen mit anderen, äh, mit anderem Getier, aber da kommen wir später zu, ne? Die, ähm, ich will mal Peli sagen, wie heißt die denn eigentlich? Äh, Motto, glaub ich. Peli Motto, oder? Motto. Ja, auf jeden Fall Motto, ne? Die hat übrigens den geilsten Spruch der ganzen Serie bisher raus. Und zwar auf, äh, hör auf rumzuheulen, sonst rostest du noch. Ja. Da musst du dich wirklich in mich reinschmunzeln, das war wirklich gut. Ja. Also, das ist eine schöne freundschaftliche Beziehung, die sie beide haben. Ähm, find ich ganz nett, äh, wobei jetzt diese Peli Motto jetzt nicht meine Lieblingsfigur wird. Ähm, aber das muss man ja sagen, die Folge ist relativ, äh, reduziert, was Figuren angeht. Ja. Ich hab mich ja letzte Folge, ich glaub im Nachgespräch, dann wieder gerügt, als ich dann gesagt hab, Star Wars ist aus Science Fiction. Und ich muss gestehen, in dieser Folge sieht man ganz, ganz viele Science Fiction Elemente. Ja. Mhm. Unter anderem auch ein Science Fiction Barbecue, was ich ganz toll fand, wie auf Mos Eis die Barbecue gemacht wird. Das war cool, ja. Nur von der Flamme geküsst, ja. Ich, äh, äh, ich kann schon mal sagen, ich hatte bei dieser ganzen Folge so einen gewissen Alien-Vibe. Und dazu passt auch, dass diese Motto gar nicht mehr in der Folge selber, sondern eher halt in dieser, äh, in diesem Artwork, im Abspann aussieht wie eine etwas gealtertere Version von Alan Ripley aus Alien, ne? Mhm. So ein bisschen, ne? Und, äh, die ganze Folge, wie gesagt, so einen leichten Alien-Vibe hatte die für mich. Eigentlich muss man auch sagen, dass, äh, die Motto hier nicht so viel zu tun hat, außer Manni, um ein paar Kröten zu erleichtern. Und ihm halt ein, ähm, ein Passagier aufhalst. Nämlich, äh, Manni ist natürlich immer noch auf der Suche nach seinesgleichen. Und es gibt jemanden, der weiß, wo sich man dann Lorianer aufhalten. Und, äh, als Gegenzug soll er diese Passagierin halt mit an Bord nehmen und sie dort hinbringen. Äh, Auflage ist nicht, äh, kein Hyperantrieb. Und ich war dann so, hm, okay, wer ist diese ominöse Passagierin? Ist es diese Ashoka-Schieß-mich-tot? Das hab ich auch erst gehört, ja. Ist es, ist es, ist es vielleicht, äh, Präsesin Leas, äh, Schwib-Schwingerin aus Aldo 4? Nein, es ist ein Gekko. Ja. Ich war... Eine Gekko-Dame. Eine Gekko-Dame. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, weil, ich mein, Kapitel 9 hieß der Marshal und das war dann nicht Boba Fett, aber es war halt mit diesem Pfosten eine sehr interessante Figur, die auch, äh, mit Mando gut harmonierte. Und jetzt war es halt eine große Gekko-Dame, die wirklich aussieht wie ein Gekko. Ähm, aber, das haben sie auch ganz gut hinbekommen im Laufe der Handlung dieser Folge, sie wuchs mir ein wenig ans Herz. Ja, also man hatte auch, ähm, ein gutes Gefühl für diese Figur, ne? Selbst wenn sie keinen Namen hatte, bei IMDb wird sie zum Beispiel als Frog Lady bezeichnet. Ja, das, das war auch ganz cool, wie die eine völlig andere Sprache sprach mit, mit, äh, der Motto und die dann irgendwie, wer weiß was für einen langen Satz als Übersetzung raushaut und dann fragt Mando, das hat sie, das hat sie jetzt alles in der kurzen Zeit gesagt. Ja, so das meiste, auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, das, äh, auf der anderen Seite muss man schon sagen, also ich, ich find diese, ja, weiß nicht, ey, Mr. Durris ist mir, also diese Pili Motto, die ist mir eigentlich relativ egal, die ist eigentlich auch nur, ja, so ein, also, um jetzt mal wieder eine Videospiel-Analogie rauszuholen, die ist eigentlich ein NPC, den du anquatschst, um dir die nächste Quest zu holen. Ja, aber das, 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 ich glaube, das wird uns diese Staffel lang auch, äh, weiter verfolgen. Er sucht halt seine, seinesgleichen und der wird halt wahrscheinlich in jeder zweiten und vielleicht jeden Folge immer irgendeine andere Nebenmission erfüllen müssen, um halt eben seinem Ziel ein Stück weiterzukommen. Ähm, das war jetzt in Kapitel 9, war das sehr unterhaltsam und gut gemacht, in Kapitel 10 war es sehr gut gemacht und für mich jetzt eher semi-unterhaltsam. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Ja, ich muss dazu noch sagen, also, äh, das hatte ich eigentlich ja auch grad schon im Vorgespräch gemeint, äh, auch wenn, also, es ist nicht so, dass mich das Aussehen von der Gecko, äh, Trulla nicht, nicht überzeugt hat, aber in der ersten Szene fühlte ich mich an die, an die Jim Henson-Disney-Serie, die Dinos erinnert. Und dabei bleib ich. Was ich jetzt nicht so schlimm finde. Genau, wobei ich das echt nicht schlimm finde, weil, ähm, andere Serien hätten da, halt irgendeinen CGI-Charakter hingeklatscht, ne, wo du dann genau weißt, so, oh ja, okay, alles gut, ne. Und hier machen sie halt wirklich viel Handgemachtes und ich hab da einen Hang zu, natürlich. Und aber es ist hier aber auch nicht schlecht gemacht, so. Nee, 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 sowas. Hast du halt auch ein Gefühl für diese Welt einfach, so, dass das halt echte Charaktere sind, ne. Ich, 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 ich mag das auch, dass sie gerade auch in den neuen Filmen, an denen wir schon wirklich irgendwie, ja, hört in den Podcast rein, an denen wir ordentlich rumgegrittelt haben, an denen mag ich das auch, dass die sehr viele, äh, äh, hier, ähm, Animatronik und so weiter haben. Oder eben halt haptisches, das, das mag ich tatsächlich auch. Ich weiß, vielleicht, es sah für mich in dieser ersten Szene, vielleicht lag es auch am Licht oder so, das kann auch sein. Es sah irgendwie ein bisschen, bisschen komisch für mich aus, aber ist schon okay. Übrigens, ich hätte die Folge anders genannt. Ich hätte nicht gesagt, die Passagierin, sondern, Mann, du bekommst keinen Schlaf. Ja. Ja, wir sollten noch kurz erwähnen, äh, was sie denn transportieren möchte, nämlich, sie hat Eier dabei und, äh, die Eier müssen zu ihrem Mann, damit er sie befruchten kann und, äh, wenn diese Eier halt draufgehen, dann war es mit ihrer Blutlinie und das ist auch der Grund, warum sie nicht in den, äh, Hüberraum wechseln dürfen mit dem Raumschiff, weil dann die Eier halt irgendwie zerstört werden, wobei sich relativ schnell herausstellt, der Hüberraum ist nicht das gefährlichste am Raumschiff für diese Eier. Ja. Es gibt nämlich einen kleinen Serienkiller an Bord. Ja, definitiv. Das ist auch wirklich witzig gemacht, tatsächlich. Also ich, äh, wenn dann Mando quasi zum Schlafen geht, ne, was er ja dann nicht schafft so richtig und, äh, den Mini-Yoda, Baby-Yoda dabei erwischt, wie er diese Eier stibitzt und so, erst mal einen wegstimuliert, ne, das ist wirklich, es ist einfach, ich kann's gar nicht beschreiben, das ist einfach witzig. Ja, wobei ich auch eine Zeit lang dachte, äh, äh, hat das noch vielleicht irgendeine Relevanz, dass er sie frisst? Ich dachte dann so, hm, nicht, dass es am Ende so ist, dass er sie irgendwie nur in seinem doppelten Magen oder so in Sicherheit gebracht hat und alle Eier gehen drauf und am Schluss kotzt er einfach zwei, drei Eier aus und rettet den Tag. Aber nein, es wurde einfach nur gemacht, um zu zeigen, Baby-Yoda ist zwar süß, aber ein leckeres Gecko-Ei, da sagt auch Baby-Yoda nicht nein. Ich mein, wir wissen ja schon, dass er sehr gefräßig ist und dass er auch gerne alles in den Mund steckt, was er irgendwie findet und lecker ist, äh, was auch in dieser Folge ja noch zu einer Katastrophe führen wird. Oh ja, zu einer ganz schönen sogar, ja, das, das, ähm, da kommt dann auch wieder halt so die, die kommende Regie von Patton Reed, glaub ich, durch, ne, in, in dieser ganzen Nummer, dass der sich halt irgendwie die Eier da aus dem, aus dem, das, das hatte so ein bisschen was von einer Katze, die im Goldfischglas irgendwie rumfischt, ne. Ja, mochte ich tatsächlich auch, wenn ich's ein bisschen makaber fand auf die Dauer, ja. Ach, ich fand das makaber, war ja grad das Witzige, aber, aber noch sind wir nicht da, äh, wo es lecker, äh, Spinnen gibt, äh, noch sind wir ja im, im Weltraum. Und dann sehen wir zum ersten Mal in der Serie X2X-Wing, oder? Die Space-Polizei. Die Space-Polizei. Ähm, nicht zum ersten Mal, am Ende der sechsten Folge, auf die dann ja hier auch, äh, Bezug genommen wird, hat man die auch ganz kurz gesehen. Ah, okay. Ja. Genau, aber das ist ja, das ist hier so wirklich so, dass Pandorn so, weiß ich nicht, äh, Helm hat er ja auf, Maskenpflicht hält er ein, also fragen sie nach dem Führerschein. Ja, ist so ein bisschen Toto und Harry im Star Wars-Universum. Ja. Mit Dave Filoni. Das war auch so, so richtig schön, herrlich platt. Erinnert ihr euch noch in der ersten Staffel an dieses Gespräch mit den beiden Speedbike, äh, Stormtroopern? Ja, ja. Ja, und genau daran hat mich das auch erinnert, von wegen so, hm, okay, können sie mal technisch gucken, ob das geht? Ja, das geht nicht. Okay. Hm, können sie uns anpingen? Ja, weiß nicht, müssen wir mal gucken, ne? Machen sie mal Kofferraum auf, ne? Also, es ist... Lass mal ins Röhrchen. Ja, also, weil, weil Mandos TÜV abgelaufen ist. Nein, also, ähm, er, es beginnt halt so eine Verfolgungsjagd, äh, die dann schließlich auf so einem Eisplaneten endet und Mando kann halt eben das Schiff, äh, unter so einer, ja, Klippe so verstecken. Problem bei der Sache ist, dass, äh, ja, unter ihnen halt noch eine andere Höhle ist und da stürzen sie dann rein. Aber können wir mal über diese Verfolgungsjagd reden? Mhm. Wie gut die aussieht für eine Serie? Ja, unfassbar. Also, das finde ich, das... Und auch geil vom Sounddesign. Das, das finde ich, das hat die Serie ja schon in der ersten Daffel gezeigt, dass das halt wirklich qualitativ erstklassig ist. Also, das, das nimmt sich nicht zu Kinofilmen. Das wurde auch hier wieder gezeigt. Natürlich, beim Kinofilm hättest du vielleicht noch ein paar, wäre sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger gewesen, aber ich finde, sie hat ihren Zweck erfüllt. Ja, definitiv. Vor allem, vor allem haben sie hier, äh, hier ist, also ich meine, die ganze Szene oder ein Teil auf jeden Fall, wo sie da irgendwie zwischen diesen Eisspalten da hin und her manövrieren, da ist keine Musik, glaube ich. Und das hat schon was, sowas hatte man eigentlich nur zuletzt bei großen Teilen des Pottrennens in Episode 1, also wo du wirklich nur reines Sounddesign hast. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Übrigens, ich hatte mir lange Zeit überlegt, bei Lego die Razorcrest zu holen. Jetzt mach ich's nicht mehr, die wird wahrscheinlich total schnell kaputt gehen, wenn ich die in der Hand hab. Dafür macht dein Sohn die dann kaputt. Ja. Genau, also die Razorcrest ist schrott, gefühlt durchgebrochen und, ähm, ja. Was macht Mando? Der legt sie erstmal schlafen. Ja. Äh, genau. Nicht das erste Mal. Obwohl, legt er sich hier schlafen? Ja, er guckt ja erstmal rum so ein bisschen so, äh, ist alles kaputt, machen wir morgen, ne? Genau, und dann tritt ihm die Amphibien, äh, Lady in den Arsch, äh, indem sie diesen Roboter, der da noch rumfliegt und wieder dann halt in dieser sechsten Folge vorkam, von der ersten Staffel. Zero. Äh, genau, die programmiert den um und es hatte auch wieder, es hatte für mich was von Ash in Alien. Fand ich mal ne coole Idee hier von Jon Favreau, das muss ich sagen. Ja. Also die programmiert den halt so um, dass sie da so halt die Sprachbarriere mit überbrückt hat. Stimmt, es hat noch gar nicht erwähnt, dass sie sich gegenseitig, also sie versteht ihn, aber er versteht sie nicht. Genau. Genau. Ja, genau, also ich fand die Idee auch ganz gut, zu sagen, da gibt's ein Kommunikationsproblem, ne? Weil das führt ja manchmal gar zu, dass halt auch so Geschichten und Charaktere nach vorne getrieben werden, ist auch in dem Fall so. Und dann hier diese, diese Brücke zu überwinden und zu sagen, jetzt mach ich dir mal ne klare Ansage und das und das und das, fand ich ganz geil, vor allen Dingen, weil er auch immer dran erinnert wird, wie ist denn das mit deinem, äh, mit deinem, äh, mit deiner Ehre quasi, ne? Ja, du hast doch hier dein Versprechen gemacht und, ja, okay, mach ich jetzt. Ja, und dann repariert er das Schiff oder versucht es zumindest, was immer ganz okay, weil ich dachte mir, was willst du denn da machen? Ich hab mir auch gedacht, wie willst du das denn noch reparieren, ey? Also da sitzt er, geht er da hin und alles bricht auseinander und überall ist alles offen, irgendwie Rohre, Dampf und Funken und dann steht er da mit irgendeiner kleinen Lötpistole und macht so, pii, pii. Ich denk mir so, ja, viel Spaß, das wird, das wird länger dauern und dann, ähm, macht ihn aber sein Kompagnon, aka Baby Yoda, aka Eierdieb, ähm, darauf aufmerksam, dass die, äh, junge Dame, die, äh, Gekko-Dame weg ist. Ja, äh, ich möchte nochmal erwähnen, dass, äh, Mendo quasi der MacGyver des Star-Wars-Universums ist. Ja. Ja. Stimmt. In der Szene, ja. Ähm, ich, bei, wo sie da verschwunden ist quasi und, äh, dann weggegangen ist, da hatte ich erst gedacht, ähm, okay, was, was machen sie jetzt hier für eine Nebengeschichte auf? Hat sie vielleicht doch ein Geheimnis? Äh, gibt es da irgendwas, was wir noch nicht wissen halt, ne? Ja. Und als es dann aufgelöst worden ist und sie sich da einfach quasi, ähm, dachte ich mir auch, äh, okay, ja. Aber, aber, aber es macht ja schon in der Hinsicht Sinn, weil die Kälte, das ist ja ganz klar, dass sie keine Kälte abkann und wahrscheinlich ihre Eier auch nicht, deswegen ist so eine warme Quelle nicht ohne. Was ich, womit ich festgerechnet habe, ist, dass jetzt jeden Moment so ein Wampa vorbeikommt. Ja, stimmt, das hat doch noch gefehlt. Aber ich meine, wie, wie hat sie diese Quelle gefunden? Also, das war für mich so ein, so ein Zwischenschritt, der gefehlt hat. Ja. Oder halt, sie hat halt so einen Wärmesensor. Denkst du dich so, uh, da hinten kommt aber warme Luft raus? Ja, ja, kann, kann alles sein. Es ist, äh, äh, eine Frage, die uns, die nicht erklärt wird, genauso wie, wo ist die Eierwiege hinten, ne? Weiß man ja auch nicht. Es hat für mich aber dem Ganzen dann auch so ein bisschen, äh, wieder Stichwort Dringlichkeit, weil ich muss sagen, mir hatte das eigentlich gefallen, dass Mendo hier dann wirklich mal in Bedrängnis gerät, ne? Also, die sind ja drauf und dran, da zu erfrieren. Auf diesem Eisplaneten, der einfach nur wieder ein Eisplanet ist, äh, und, äh, ja, das haben wir ja noch nicht häufig genug gesehen. Und, äh, er hat natürlich auch keinen Namen, weil, wer kümmert sich um sowas? Eisplaneten sind, also, Eisplaneten sind häufig, aber nicht so häufig wie Wüstenplaneten. Ja, die sind das zweitnervigste. Ähm, und, äh, weiß ich nicht, das hat für mich dann im Ganzen, ja, tatsächlich wieder, wieder die Dringlichkeit, die Bedrängnis, wirklich das Gefühl von echter Gefahr genommen an der Stelle. Das fand ich, fand ich ein bisschen schade, auch das, äh, ja, wirkte dann irgendwie doch ein bisschen, ein bisschen sehr gemütlich an der Stelle. Wobei die Gemütlichkeit ja dann, äh, dahin siegt, als, äh, Baby Yoda wieder ein Ei essen will und Mando böse wird und sagt, Nein, das tust du nicht, du konntest keine Spezies aus. Und, äh, Baby Yoda dann so komische, eiförmige Gewächse findet, wo ich das dachte, hey, warte mal, sind das vielleicht zehn und die sind im Maul eines riesengroßen Monsters? Aber das war's dann nicht, weil, okay, ein Kreiddrache reicht ja auch pro Staffel. Ja. Und das wär derselbe Witz gewesen wie in Episode 5, ne? Ja, aber der ist immer noch gut. Und, äh, Baby Yoda öffnet dann eine dieser, ich nenn's mal Kapseln, und da ist viel Schleim, aber auch ein bisschen Fleisch, und das frisst der dann. Das sieht auch so richtig eklig aus. Das sieht wirklich eklig aus, also wirklich. Wie Xenobar fast, ne? Oder Facehugger. Naja, machen wir's kurz, äh, über, diese, diese Kapseln sind halt Eier mit Spinnen. Problem an der Sache ist aber, das sind nicht die einzigen, also Spinnen, die da sind, also diese Baby-Spinnen. Es gibt da noch etwas größere Spinnen, es gibt sehr große Spinnen, es gibt verdammt große Spinnen. Und auf die treffen unsere drei Kollegen jetzt. Ja, und freiwillig. Ja, wobei eine Sache, die hat mich ein bisschen schürzig gemacht, ja, das ist sozusagen meine Eiwiege dieser Folge, und zwar, ähm, diese Gecko-Dame ist ja nackt, äh, in dieser heißen Quelle, und als die Gefahr dann droht, dann sieht man, wie sie die Zunge wegschnappt und ihre Klamotten zu sich zieht, und eine Sekunde später ist sie angezogen. Wie hat sie das gemacht? Ist halt schnell, ne? Ja. Mit ihrer Zunge, ne? Ja. Hat sie das doch gemacht, ja. Ich habe schon öfters versucht, mich mit meiner Zunge auszuziehen, das hat nicht geklappt. Da will ich nicht wissen, wie ist es, sich bei der Zunge anzuziehen. Allein den Hosen schallt zu machen, ist sehr schwierig, glaube ich. Du, das ist halt Disney Plus, na, das ist jugendfrei, und, äh, ich weiß nicht, ob ich die jetzt irgendwie in Gedächtnis-Bond-Girl-Pose sehen will, wie sie sich anzieht. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Ja, wobei, wobei ich noch einen anderen Pferdefuß für mich gefunden habe, also sie rennen dann ja wie bescheuert vor diesen Spinnen weg, das hatte auch so ein, das war so ein bisschen so eine Mischung aus Kankras Höhle in Herr der Ringe und gleichzeitig dem, dem Spinnenwebwald da im Hobbit. Äh, wobei mich da auch gestört hat, dass, äh, ja, es wirkte halt irgendwie auch beliebig, also diese Spinnen hätten auch im Wald sein können. Die waren zwar jetzt weiß, aber was war an denen jetzt eigentlich so, so eisplanetisch, sag ich mal. Also, weiß ich nicht, die schießen ja dann da Netze, es hätte ja zum Beispiel sein können, dass sie ihn irgendwie festfrieren oder so, aber nee, das waren eigentlich stinknormale Spinnen. Ja, weil Robben in der Arktis dich ja auch mit Eis festhalten. Ja. Aber das hätte ich gern gesehen, wie Mando und seine Kombination aus dem Robben weglaufen. Ui, ui. So unterhalts haben wir gewesen. Vielleicht will mir jemand klug scheißen, wo diese Spinnen denn ursprünglich herkommen im Star Wars. Ja, du, Thomas, komm, hau mal raus. Ich soll's raushauen? Ja. Also, Stu, du hättest eigentlich vor, dass man die Konzeptart, und dann würde ich darauf anspringen. Also, ähm, ich weiß, äh, dass, äh, dieser Konzeptart-Künstler, ich glaub, Ralph McQuarrie, der ja viel für Stars gemacht hat, hatte mal so ein Artwork angefertigt für Empire Strikes Back, wo diese Art von Spinner auf Dagobar zu finden ist, wo Luke und, glaub ich, Yoda gegen die kämpfen. Das ist dann so eine Szene, die aber natürlich nie, äh, gedreht worden ist. Äh, da haben sie ihren Ursprung. Ja. Ja, genau. Ja, und aufgegriffen worden sind sie dann auch im Kanon, im Offiziellen, über Star Wars Rebels, äh, weil dort halt, ähm, ich glaube, es ist die dritte Staffel, ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, die heißen übrigens, äh, Krückner. Ähm, dort sind die auf den, äh, Planeten Atollon, bauen ihre Basis auf, und rumterum sind halt diese Spinnen. Und das fand ich ganz interessant damals, weil der Hauptprotagonist Ezra trifft unter anderem auf diese Spinnen. Und die wollen die halt alle töten, irgendwie fernhalten und so, und er versucht aber mit der Macht auch eine Verbindung mit denen aufzunehmen. Und, äh, dabei wird so festgestellt, das sind halt auch Lebewesen in diesem Universum, die halt auch ein Existenzrecht haben, was Mando jetzt in dem Fall natürlich scheißegal ist, ne? Äh, zu Recht, weil er wird halt verfolgt, ne? Genau, aber da kommt der Ursprung so her, das heißt, die sind auch etabliert, die existieren mittlerweile, aber viel mehr wissen wir, glaube ich, nicht, ne? Also, ähm, irgendwie scheinen die sich ja doch dann interstellar verbreiten zu können, aber auf andere Planeten, wie auch immer, genau. Ja. Ja, was halt folgt, ist eine Verfolgungsjagd, ganz vielen Laserschüssen und dem Einsatz sämtlicher Mandalorianer-Waffen. Ähm, die drei konnten sich dann in das Schiff zurückziehen, ins Cockpit. Und dann kam so mit, äh, der faulste Moment der gesamten Folge, nämlich, es ist wieder Zeit für ein Deus Ex Machina-Moment. Yay! Ja, 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 das, wobei für mich war auch ein fauler Moment, warum sind die Viecher, also ich weiß nicht, war Mandos Tür irgendwie blockiert, oder warum sind die so schnell in sein Schiff reingekommen? Ne, da war doch ein Loch in der Hülle. Ja. Aber, ja, oder, oder... Oder, da war, da ist doch dieses Loch rein und da sind die halt immer wieder nachgefolgt. Das war relativ einfach. Aber, aber, aber warum ballert er dann auch in seinem Schiff rum? Der könnte das ja eigentlich noch weiter beschädigen, also... Ja gut, wenn er nicht schiefst, dann wäre es... Warum hätte ich hier direkt abgefackelt? Ja. Gefressen werden, Raumschiff beschädigen, gefressen werden, Raumschiff beschädigen. Ja. Man muss, man muss sagen, die waren auch, die waren schon gut getrickst, die Spinnen, ne? Die waren schon wirklich getrickst. Also von dem Fluchtaspekt her, von den Effekten, die sie eingesetzt haben, also ich meine, es gibt ja Explosionen, es gibt Laserwaffen schießen, was von den Laserwaffen her, sah das auch richtig gut aus, ehrlich gesagt. Ja. Und, äh, gut, der Flammenwerfer ist so, hm, der ist auch nicht so oft zum Einsatz gekommen, wie er vielleicht hätte machen sollen, ne? Also ich meine, Bekämpfung mit Feuer, funktioniert immer. Ähm, aber ich fand das schon ganz cool. Und das mit dem Deus Ex Machina-Moment, ja, natürlich, klar, aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass uns sowas bei Star Wars um die Form gehauen wird. Ja. Das ist halt immer ein bisschen faul so, aber ich fand's jetzt in dem Fall in Ordnung, weil's nochmal dazu führt, dass wir diese zwei Piloten halt sehen. Ich glaube, was mein Problem ist mit dem Ende ist einfach, ich dachte, es kommt noch irgendwas, ich meine jetzt nicht irgendwie noch irgendwas mit Boba Fett oder so, sondern irgendein Reveal, irgendetwas, was, was, was diese ganze, dieses ganze Abenteuer noch ein bisschen erhöht von der Wichtigkeit her. Ja. Aber es passiert halt nicht. Gar nix. Ne? Ist eigentlich völlig, also so, so toll, dass getrickst ist, aber erzählerisch ist diese Folge eigentlich nahezu wertlos. Ja, also es ist irgendwie so ein kleiner Zwischenschritt irgendwie zum nächsten, da müssen sie natürlich in der nächsten Folge jetzt auch nochmal ordentlich dazu packen, aber ich möchte nochmal betonen, diese beiden Piloten, ja, die sind wahrscheinlich auch sehr gute Piloten, aber verdammt, die können richtig gut schießen. Ja. Ja, das dachte ich mir irgendwie auch. Also, also ich, also, es gibt ja diese riesengroße Spinne, die kurz, also dabei ist wirklich das Schiff komplett zu zerstören und diese beiden X-Ping-Piloten töten sie dann mit Laserwaffen. Und man sieht aber nicht genau, wie. Also dachte ich mir, vielleicht ist es ja auch so, dass sie die große Spinne dann mit den Geschützen ihrer Raumschiffe erledigen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, es wirkte jetzt nicht so, als ob ihre Gewehre, die sie dann in der Hand haben, wo sie da bei offenem Cockpit da stehen, dass die so ein Vieh mit drei, vier Schüssen entledigen. Ich dachte sogar erst, dass die Amphibien-Truller sich irgendwie an das Geschütz von der Razorcrest gesetzt hat und die dann wegballert. Das dachte ich eigentlich erst an einer Stelle kurz. Das wäre cool gewesen, oder? Ja, aber wie sollt ihr das machen? Ja, das hätte ja nicht funktioniert. Hinter dem Cockpit ist ja eine Gewand von Tausenden oder Millionen von Minispenden. Das hätte sich, glaube ich, nicht überlebt. Ja, gut, stimmt. Also es war halt so ein Quickie-Finale, nenne ich es mal, von wegen, oh, wir haben hier ein Riesenproblem gehabt, zack, 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 alles weggeballert, alles gut. Witzig fand ich dann aber, wie die auseinandergegangen sind, von wegen, ja, vielleicht könnt ihr mir helfen, ein Schiff zu reparieren. Vielleicht können wir dich auch einfach nicht festnehmen. Mach's gut. Ja, ja, wobei ich das dann ganz cool fand, dass die irgendwie, also sie sind ja, glaube ich, haben wir das schon gesagt, sie sind irgendwie auf seine Spur gekommen, tatsächlich durch diese, diesen, diesen Gefängnis, diese Flucht da von dieser Gefängnisstation da in Folge 6. Und dann haben sie aber irgendwie, sie zählen dann da irgendwie andere Taten von ihm auf und wiegen das dann so gegeneinander ab. Und dann sagt er, ja, wollt ihr mich jetzt festnehmen? Ja, sollten wir eigentlich, aber, ja, die Zeiten sind hart. Wobei, eins fand ich doch komisch an den Piloten, äh, wir wissen doch, dass Tatooine relativ im Outer Rim ist. Und als die dann ankommen, äh, ja, du musst aber das und das machen, also du musst diesen komischen Pink machen, weil wir jetzt irgendwie hier im, äh, Zuständigkeitsbereich der Neuen Republik sind und irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Also es wird ja auch immer wieder betont, dass diese Serie weit am äußeren Rand spielt. Ja, aber das hat mich gar nicht so sehr gestört, weil der Planet Tatooine ja auch unter imperialer Kontrolle stand und, äh, dementsprechend halt auch im Imperium angesiedelt war und dass die dann quasi einfach diese Knotenpunkte, die es vielleicht gab und Zwischenstationen einfach nach und nach dann erobert und übernommen haben und dementsprechend diese Struktur, die es vielleicht gab, auch ebenfalls übernommen haben. Also das fand ich eigentlich in Ordnung. Mhm. Und die decken mit diesen X-Wingen natürlich auch einen viel, viel größeren Radius ab von, von Sektoren dann. Ja, gut, das, ja, ja, stimmt schon, ja, das ist, Tatooine ist halt, ist eigentlich ein total, äh, egaler Planet, für den sich eigentlich viele gar nicht so interessieren. Das Problem ist, dass, äh, zum Beispiel auch die Clone Wars Serie, dass sie dann irgendwie auch, äh, oder nee, der ganz fürchterliche Clone Wars Kinofilm, äh, der hat ja dann Jabba the Heartförmig zu so einer Art Global Player aufgeblasen und da hat man sich dann auch gefragt, warum wurde Luke auf diesem Planeten versteckt, wo irgendwie mega der Handel läuft und, ne, also das ist ja, das ist ja kein kluges Versteck da mehr irgendwann. Und das macht auch sehr viel dann eigentlich von der Logik der alten Filme kaputt, aber gut. Ja, aber da fängst du ja dann irgendwann auch an, über diese Mafia-Strukturen und den Huttenclan zu reden und dann, ich glaube, da wird's kompliziert. Ja. Genau. Wie gesagt, also ich fand das ein okayes Finale, es war so ein, so ein kleiner Quickie, ein bisschen rumballern, ne, und, äh, dann ist halt Schluss. Ich finde aber nochmal, ich möchte nochmal betonen, wie kaputt diese Razorcrest ist und am Ende einfach so sagt so, ja, ich kann dir das Cockpit ein bisschen zusammenschweißen und dann bleiben wir alle hier drin und es ist dann warm und dann kommen wir schon an irgendwann. Das dauert nur ein bisschen länger. Und dann ist man so, was? Ich geh, ich, 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 ich geh jetzt pennen. Mach mal. Genau. Was? Ja, ja, dieses, dieses, äh, überhaupt schon, dass sie, dass sie den Hyperdrive nicht benutzen dürfen, das hat halt auch wieder, also ohne Scheiß, ich, ich seh wirklich so diese Videospielmission vor mir, von wegen, du darfst nur ganz langsam mit dem Gamepad, äh, äh, vorausfliegen, weil sonst die Eier nach und nach kaputt sind. Das ist wirklich, das ist sowas von Videospielmission, aber gut. Jedenfalls können wir ja die Folge dann abschließen mit einer, der, ein kleinem Highlight, nämlich, dass, äh, Baby Yoda dem schlafenden Gecko dabei zuguckt, wie sie ihre Eier umklammert, die in so einer durchsichtigen Thermoskanne sind, würde ich mal sagen. Und, ähm, er hat zu diesen Blicks drauf so, ach, es ist, wir tun etwas Gutes, ja, wir retten eine Spezies. Und dann dreht er sich um und schiebt sich doch ein Ei. In den Mund. Das war wirklich geil, ey. Und damit. Und dieses Plopp-Geräusch wieder dabei so. Ja. Ja. Und damit ist die Folge zu Ende und sie endet mit einer Szene, die ganz klar macht, was das Beste an der ganzen Folge ist, nämlich, Baby Yoda der Eier frisst. Ja, genau. Ja. Ja. Was ich mir echt gefragt habe bei der Folge, also bevor wir jetzt gleich zum Fazit kommen, ne, ähm, also ich hab noch nichts mit Zahlen irgendwo mal gelesen gehabt, ich weiß nicht, ob ihr irgendwas kennt, äh, von Budget her dieser, ähm, Serie, weil ich kann mir durchaus vorstellen, auch wenn das von den Effekten her richtig over the top ist, ne, ähm, dass das gar nicht so teuer ist, ehrlich gesagt, weil die haben ja ihr Studio, die haben diese riesen Leinwand, die können viele CGI-Effekte direkt vor Ort, ohne dass nochmal ein Studio anhängig ist, das direkt bearbeiten und machen und haben natürlich auch keine Reisekosten, irgendwohin beispielsweise, um irgendwelche Kulissen entstehen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das alles relativ günstig ist. Also ich kann dir nur so viel sagen, dass die erste Staffel 100 Millionen gekostet hat. Das ist natürlich schon krass. Wobei, ist da die Leinwand einberechnet? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, ja. Das sind ja die reinen kolportierten Produktionskosten und das, weißt du, das ist, genauso wie bei, äh, bei Game of Thrones, da war die erste Staffel auch ziemlich teuer, weil sie da eben die ganzen Aufbauten dann hatten, die sie dann aber über sieben Staffeln hinweg, also bestes Beispiel halt King's Landing, der ganze Thronsaal und so weiter. Und hier haben sie eben sehr viel wahrscheinlich in diese Leinwände, äh, in diese Hintergründe, nicht Leinwände, diese digitalen Hintergründe investiert und die bauen sie ja immer weiter aus und, äh, benutzen die auch immer wieder, ne? Ja. Aber, äh, du merkst schon, der Cast ist ja in jeder Folge eigentlich sehr überschaubar. Ja, es ist stark limitiert, ja. Ja, es gibt immer nur Mando und dann vielleicht noch eine andere Figur, mit der er sich trifft und irgendwelches Nebenviechzeugs und das war's dann eigentlich auch schon. Also diese Folge war präsentiert dafür zu zeigen, guck mal, wir können auch während der Corona-Zeit eine Serie drehen. Ja, ja, ja. Also in der ersten Folge der Zeitgeschaut gab's noch diesen Fight Club der nächsten Mal, wo ganz viele so Wesen aneinander hockten, aber auch das kann man mit Kameratricks und Special Effects ja noch irgendwie lösen. Aber jetzt Kapitel neun, wie gesagt, ne, zehn meine ich, da waren so wenig Figuren. Dazu halt eben auch noch der Helm, ne, von Mando, also ... Ja, Pedro Pascal war nicht am Set, jede Wette. Er hat nur seinen Namen dafür gegeben, der ist eigentlich nie da. Ja, das ist, haben wir das hier mal erwähnt, der größte Witz ist doch, dass er in dieser vierten Folge der ersten Staffel, wo er zumindest im Off seinen Helm abnimmt, in diesem komischen Dorf da, dass Pedro Pascal beim kompletten Dreh nicht dabei war, weil er irgendwie in London Theater gespielt hat. Ja, also es ist eigentlich wahnsinnig luxuriös. Immer wird rauskommen, er hat eigentlich nur noch eine Sprechrolle. Aber wer weiß. Aber dafür kann er sich in seiner Vita schreiben, dass er eine der wichtigsten Rollen in einer der, in der ersten großen Star-Wars-Serie hatte. Ja, es ist ja auch ein super Schauspieler eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, ne, weil so wahnsinnig viel gibt's da jetzt eigentlich nicht mehr. Ist ja eine sehr, sehr plotarme Folge, muss man eigentlich sagen. Eigentlich, die Handlung ist eigentlich nahe zu null, muss ich sagen. Genau, wer möchte denn anfangen? Ja, mach ich mal. Also, am Ende der zweiten, der ersten Folge der zweiten Staffel war ich wirklich so, boah, das hat Spaß gemacht, ich freu mich tierisch auf die neue Folge. Jetzt am Ende der neuen Folge, muss ich sagen, war nett, gut gemacht, also ohne Zweifel wunderbar gemacht, aber hat mich jetzt, wie der ganze Planete, eher etwas kalt gelassen. Ähm, und wie ich schon zu Beginn des Podcasts sagte, wenn ich die zweite Staffel Revue kapitulier nasse, äh, dann wird diese Folge, glaube ich, da nicht auftauchen. Also, ähm, sie war unwichtig. Das Einzige, was nett war, war halt Baby Yoda, der Eier frisst. Ansonsten, äh, war da, das war nette Unterhaltung. Ich meine, da muss man auch mal sagen, die Folge geht netto, glaube ich, gerade mal so 35 Minuten, also ist auch schnell geguckt. Ist auch jetzt nichts dabei, wo ich sage, es war langweilig oder langatmig, aber sie fällt schon sehr deutlich ab, äh, zur Woche davor, finde ich, die Folge. Ja, für mich nehmen die sich ehrlich gesagt nicht viel. Also, für mich sind beide Folgen mehr oder weniger gleichwertiger Filler, tatsächlich. Äh, und, ähm, ja, weiß nicht, mich hat's dann geärgert, dass erst dieser Baby-Yoda-Plot so leicht heraufbeschworen wurde und dann doch erst mal wieder zu den Akten gelegt wurde. Es waren zwei nette Szenen drin und es ist extrem gut gemachte Unterhaltung, aber, ja, es ist wirklich so hier rein da raus, eigentlich so ein bisschen Fastfood und, ja, Schulterzucken. Also, ich weiß, dass du, die hat die erste Folge relativ gut gefallen, Thomas auch, aber für mich sind es bisher beides Fillerfolgen und das ist dann schon ein bisschen ernüchternd. Und dann würde ich mal mein Fazit machen. Also, ich hatte, ähm, durchaus Spaß mit der Folge, was vor allen Dingen am Baby-Yoda lag, irgendwie, weil süß, eierfressend, ne, ist unterwegs, hat irgendwie so gute Laune, verbreitet gute Laune, also daran hatte ich echt Spaß. Ansonsten ist das wirklich so eine Fillerfolge, äh, so ein kleiner Zwischenschritt für mehr. Und ich meine, wir haben die Geschichte, ist ja noch nicht abgeschlossen. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt in der dritten Folge weitergeht, ob wir vielleicht so einen riesigen Wasserplaneten sehen. Das würde mich mal freuen. Ich tippe auf Wüste. Ich tippe auf Wald. Hallo, Schatz, ich hab hier vor unsere Kaulquappen so ein bisschen Wüste klargemacht. Oh, wenn wieder Wüste kommt, dann heulich. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir von dieser Gekko-Dame und ihren Ein-Yi-Wild was sehen werden. Oh, der ist ja richtig mies, oder? Ja, keine Ahnung, was bei der geworden ist. Nee, die hatte ja zumindest irgendwie einen gewissen Charakter. Also die hat ihm ja an einer Stelle ordentlich den Marsch geblasen, ne? Ja. Das muss man ja sagen. Genau, also deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, das ist so aktuell die Schwesterfolge der zweiten Staffel. Genau, aber wir haben ihn natürlich noch nicht viel mehr gesehen. Aber ja. Ansonsten sieht unglaublich gut aus, das möchte ich nochmal betonen. Und allein dafür muss man diese Serie auch so ein bisschen tatsächlich mögen und lieben. Genau, aber ja, noch nichts großartig Tolles. Dann mache ich mal Feierabend. Tu das. Wie gehabt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt. Ob ihr sagt so, das ist doch total die geilste Folge ever gewesen. Oder ich fand die auch viel, viel schlimmer als ihr. Dann schreibt das gerne. Ansonsten liked uns, folgt uns, verbreitet die Kunde. Und warum ist du? Weil wir keine Eier fressen. Genau, weil wir keine Eier fressen. Genau, und ansonsten bis nächste Woche zur nächsten Folge. Wir hören uns und ich übergebe an euch beide. Ja, dann macht's gut. This is maybe the way. Ciao, ciao. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt dran, Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Facebook und Twitter. Tschüss. Tschüss.